Willkommen bei MEXICO Anleitungen & Tutorials. Heute zeige ich dir, wie du auf deinem Windows 10 PC zusätzlich Windows 7 auf einem virtuellen Computer installierst. Das heißt deine bisherige Windows 10 Installation wird davon in keiner Weise beeinflusst. Dein PC wird danach ganz normal mit Windows 10 starten und du kannst dann innerhalb von Windows 10 einen virtuellen PC mit Windows 7 starten. So als wäre es ein ganz normales Programm. Auf diesem virtuellen Windows 7 Computer kannst du dann Programme installieren und damit arbeiten, als wäre es ein echter PC. Hast du keine Lust mehr darauf, kannst du den virtuellen PC ganz einfach löschen. Bitte sieh dir das Video komplett an, dann sollte es auch bei dir problemlos klappen. Zuerst musst du VirtualBox herunterladen. Es ist komplett kostenlos. Link zum Download in der Videobeschreibung. Klicke auf die Windows Version. Der Download sollte standardmäßig im Download-Ordner deines Computers landen. Ist der Download noch ein paar Minuten fertig, dann lade noch den Extension Pack für VirtualBox herunter. Wenn du auch das fertig heruntergeladen hast, brauchst du noch Windows 7. Einen Link zum legalen Download einer Windows 7 ISO Datei findest du auch in der Videobeschreibung. Der Download der Datei ist kostenlos. Du kannst es damit bis zu 30 Tage ohne Aktivierung benutzen. Wenn du es länger verwenden willst, brauchst du einen Product Key, um die Vollversion aktivieren zu können. Hast du schon einen Windows 7 Product Key z.B. von einem Aufkleber auf deinem alten PC, dann denk bitte daran, dass du den zwar verwenden kannst, aber du ihn immer nur auf einem PC gleichzeitig aktiviert haben darfst. Du darfst dann also Windows 7 auf deinem alten PC nicht mehr benutzen. Natürlich kannst du den Windows 7 Product Key auch kaufen. Link zum günstigen Kauf bei Amazon in der Videobeschreibung. Je nach Internetverbindung kann der Download mehrere Stunden dauern. Ist er fertig, dann öffne deinen Download Ordner. Darin sollten jetzt alle drei Downloads liegen. Falls du das Programm WinRAR oder eine andere Packsoftware installiert hast, dann wird die ISO Datei von Windows 7 vielleicht als Archiv oder ähnliches gekennzeichnet. Lass dich davon nicht stören und packe die ISO Datei nicht aus. Mache einen Doppelklick auf der VirtualBox Anwendung und klicke dann auf Ausführen. Klicke dann dreimal auf Next. Jetzt wirst du gewarnt, dass während der Installation von VirtualBox kurz die Internetverbindung getrennt wird. Bestätige das mit Yes und klicke dann auf Install. Windows 10 möchte wissen, ob du das wirklich installieren willst. Bestätige mit Ja. Nach ein paar Minuten ist VirtualBox fertig installiert. Entferne den Haken, damit es nicht gleich geöffnet wird und klicke dann auf Finish. Dein PC muss jetzt neu gestartet werden. Klicke auf Yes. Nachdem Windows 10 wieder gestartet ist, öffnest du wieder deinen Download Ordner. Mache jetzt einen Doppelklick auf dem VirtualBox Extension Pack und klicke dann auf Installieren. Dem Lizenzvertrag kannst du erst zustimmen, wenn du ganz nach unten gescrollt hast. Das haben sie sicher sehr schlau ausgedacht. Die Installation wieder mit Ja erlauben. Ist sie fertig, darfst du auf OK klicken. Jetzt erstellen wir einen virtuellen PC. Klicke dafür auf Neu. Nun kannst du ihm ein Namen geben und als Betriebssystem natürlich Microsoft Windows 7 32-Bit auswählen. Klicke dann auf Weiter. Hier kannst du dir aussuchen, wieviel Arbeitsspeicher dein virtueller PC haben soll. Beachte dabei, dass dieser Arbeitsspeicher dann nicht für deinen echten PC zur Verfügung steht, solange du den virtuellen PC laufen hast. Hat dein echter Computer also z.B. 2 GB RAM und du gibst dem virtuellen PC davon 1 GB ab, dann hat dein echter Computer nur 1 GB zur Verfügung, solange der virtuelle PC läuft. Fährst du den virtuellen PC herunter, dann hat dein echter Computer sofort wieder die vollen 2 GB RAM zur Verfügung. Für Windows 10 32-Bit solltest du mindestens 1 GB RAM übrig lassen. Für Windows 10 mit 64-Bit solltest du mindestens 2 GB RAM übrig lassen. Bist du dir unsicher, dann lasse die empfohlene Größe eingestellt. Du kannst das im Nachhinein jederzeit problemlos ändern. Klicke auf Weiter. Nun musst du eine virtuelle Festplatte erzeugen. Lasse dafür den Punkt Festplatte erzeugen ausgewählt und klicke auf Erzeugen. Die virtuelle Festplatte ist in Wirklichkeit natürlich eine einfache Datei. Lasse den Dateityp so wie er voreingestellt ist und klicke auf Weiter. Nun kannst du die Größe der virtuellen Festplatte bestimmen. Sie kann natürlich maximal so groß sein, wie der Speicherplatz der auf deiner echten Festplatte noch frei ist. Ich lasse Dynamisch ausgewählt. Das bedeutet, dass die virtuelle Festplatte automatisch mitwächst, je mehr Speicher verbraucht wird. Du brauchst dich also nicht weiter darum zu kümmern. Klicke auf Weiter. Jetzt kannst du der virtuellen Festplatte einen Namen geben und die maximale Größe bestimmen. Ich lasse 25 GB eingestellt. Größer wird die virtuelle Festplatte also trotz Dynamik nicht wachsen können. Willst du die virtuelle Festplatte auf eine andere Festplatte ablegen, kannst du das mit einem Klick auf das gelbe Ordnersymbol tun. Es gehen theoretisch auch externe Festplatte oder Netzwerkfestplatte. Das wird aber wahrscheinlich sehr langsam werden. Klicke auf Jetzt erzeugen. Nun hast du einen virtuellen PC. Du kannst ihn jetzt starten, aber ohne Betriebssystem passiert natürlich nicht viel. Klicke also auf das Ordnersymbol und wähle den Speicherort deines Windows 7 ISO Images aus. Falls du WinRAR oder ähnliches installiert hast und die ISO Datei als Archiv oder ähnliches gekennzeichnet ist, dann ist das egal. Einfach ignorieren. Klicke dann auf Starten. Dein virtueller Computer startet jetzt die Windows 7 Installation. Die einzelnen Schritte dauern teilweise sehr sehr lange. Ich kürze das fürs Video ab. Wähle überall Deutsch aus und klicke auf Weiter. Klicke dann auf Jetzt installieren. Nach einiger Zeit kannst du ein Häkchen bei Ich akzeptiere die Lizenzbedingungen setzen und dann auf Weiter klicken. Klicke nun auf Benutzerdefiniert. Du solltest jetzt die virtuelle Festplatte sehen. Dir wird der als Maximalwert eingestellte Speicherplatz angezeigt. In Wirklichkeit wird die Datei viel kleiner sein. Klicke die Festplatte an und wähle dann Weiter. Die Installation selbst wird ein wenig dauern. Ich kürze das wieder ab. Bevor ich noch zu einem wichtigen Schritt komme erstmal noch schnell einen Benutzernamen und einen Computernamen vergeben und dann auf Weiter klicken. Jetzt kannst du noch ein Kennwort vergeben. Ich lasse das und klicke auf Weiter. Nun noch der Product Key. Dazu habe ich am Anfang des Videos schon was gesagt. Ich möchte jetzt keinen eingeben und klicke deswegen auf Überspringen. Dadurch kann ich Windows 7 30 Tage lang uneingeschränkt benutzen und den Product Key irgendwann später eintippen. Bei den Update Einstellungen wähle ich die empfohlenen aus. Uhrzeit und Datum noch prüfen und auf Weiter klicken. Den Standort wählst du so wie es bei dir ist. Die Einstellung ist wichtig für die Windows 7 Firewall. Nach längerer Wartezeit siehst du nun den Windows 7 Desktop. Du kannst den virtuellen PC jetzt theoretisch schon ganz normal benutzen. Jedoch passt er die Auflösung nicht automatisch an die Fenstergröße an. Das ändern wir jetzt im letzten Schritt. Klicke in der Menüleiste auf Geräte und dort auf Medium mit Cast Erweiterungen einlegen. Klicke dann auf das Windows Logo und dann auf Computer. Dort siehst du eine virtuelle DVD mit dem VirtualBox Logo. Mache darauf einen Doppelklick. Doppelklicke auf der Anwendung VBox Windows Editions und bestätige mit Ja. Du musst das Dateiexplorer Fenster eventuell schließen um das Installationsfenster zu sehen. Klicke dort dann auf Weiter und gleich nochmal auf Weiter und dann auf Installieren. Setze ein Häkchen bei Immer vertrauen und klicke auf Installieren. Am Ende der Installation musst du den virtuellen PC dann noch neu starten. Nun kannst du das Fenster des virtuellen PCs beliebig vergrößern und verkleinern und ihn sogar im Vollbildmodus laufen lassen. Standardmäßig verlässt du den Vollbildmodus übrigens indem du die rechte Steuerungstaste auf der Tastatur drückst. Hast du rechts von der Leertaste keine STRG-Taste, dann solltest du das vorher in den Einstellungen von VirtualBox umstellen. Du kannst mit dem virtuellen Computer jetzt alles machen, was du mit einem echten auch könntest. Bedenke aber, dass die Leistung geringer ist, da Windows 10 und Windows 7 gleichzeitig ausgeführt werden. Falls dein virtueller PC von Viren befallen ist, kannst du ihn übrigens einfach löschen und einen neuen erstellen. Die Viren sind dann auch weg. Wenn du meinen YouTube-Kanal unterstützen möchtest, dann tätige deinen nächsten Amazon Einkauf über meinen Werbelink unten in der Videobeschreibung. Du kannst dann genauso günstig wie immer bei Amazon einkaufen und ich bekomme eine kleine Provision von Amazon bezahlt. Vielen Dank! Solltest du noch Fragen haben, poste sie unten in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen, bitte gib mir einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal. Keine Angst, das kostet nichts. Das bedeutet nur, dass du von YouTube informiert wirst, wenn es von mir neue Videos zu sehen gibt. Und hier findest du mich im Web, bei Twitter und bei Facebook. Bis zum nächsten Mal bei Mexiko, Anleitungen und Tutorials.